so erster turn mit der neuen phantom jolle gerade aufgetakelt also geholt geslippt mast gestellt segel hoch und jetzt versuchen die beiden mal ihr glück auf der hamme sie müssen erstmal gegen den wind raus das ist schon mal nicht ohne hauptsache keiner hält das segel fest und sie paddeln ordentlich kräftig so ab geht die fahrt wir haben heute ostbünd kommt von der anderen seite und da müssen sich jetzt mit umgehen lernen da waren sie das geht schon flott voran na michi läuft hat er nicht totale spannung aber sie sitzen schön drin nicht oben auf der kante fok steht gut alles bestens